Wir allen, dass sie bleiben, wo sie sind und ihre Arbeit tun, die Streitkräfte der Ukraine unterstützen, unseren Mitbürgern helfen, die heute unsere Hilfe brauchen. Freunde, vergesst nicht, dies ist ein Vernichtungskrieg und wir haben nicht das Recht, ihn zu verlieren. Wir müssen ihn gewinnen. Darum halten wir zusammen. Ruhm der Ukraine. Grüß Gott, wir waren heute auf der Straße, aber wir zurückkommen zu Hause, weil hier unser Haus, hier unsere Familie, wir sind in diesem Land. Unsere Konzerte werden wir später später, nach unserer Reimung. Aber wir wünschen uns allen, dass wir uns auf dem Platz bleiben, um ihre Arbeit zu unterstützen, um die Ukraine zu unterstützen, um unsere Mitgliedstaaten zu unterstützen, um unsere Mitgliedstaaten zu unterstützen. Der Himmel beharkivt bei heute hoch und klar, und die Wolken irgendwie leicht sind mit Sommerlich. Die schweren Schneekappen fallen von den Dächern. In der Stadt selbst ist es still. Da sehen sich die Menschen um, wenn Schnee herabrutscht. In der Stadt ist Frühling und in der Stadt ist Krieg. Das Zentrum leer, etwas außerhalb, sieht man dann mehr Menschen. Und in den Vororten ist es überhaupt belebt. Wohl, weil es tagsüber verhältnismäßig ruhig war. Viele unserer Soldaten, viele Männer aus der Territorialverteidigung, kurz gesagt, eine Festungsstadt. Eine sehr schöne, frühlingshafte, sonnige. Man wünscht sich so, sie so rasch wie möglich wieder aufzubauen. Nachdem wir diesen Unrat, der aus dem Osten über uns hergefallen ist, zurück über die Grenze und jetzt nichts geworfen haben. Es wird weiter eine Stadt der Dichter und Universitäten sein. Ihr werdet sehen. Über der Stadt wird weiter die Staatsflagge. Ich trage der Dichter, wenn man weiß, ist es gut, dann kann man bei uns übersuznungen der Dichter. dak wird auch über Möchte von Möchte. Die Dichter sind nicht immer morgens. Die Schublade war, wenn man die Dichter sind, von Möchte von Möchte, die die Dichter sind nicht mehr los oder die Dichter sind. Es ist ein Lieblings-Hurz. Es ist ein Lieblings-Hurz, weil es die Zeit war sehr tisch. Es ist sehr viele unserer Kriegs-Hurz, viele Menschen aus der Stärkohol. Das ist ein Lieblings-Hurz, ein Lieblings-Hurz. Es ist sehr schön, ein Wiesnian-Hurz. Es ist es schnell, ihn zu verabschieden, indem sie für die Wiesnian-Hurz und die Wiesnian-Hurz, die wir uns zum Schroer-Hurz. Es ist dann auch ein Lieblings-Hurz und die Universität. 20. März, 9.59 Uhr, in Harkiv ist es frostig und sonnig, auf den Straßen viele Menschen, als ob die Einwohner einfach zum Spazieren rausgingen und nicht da zu sitzen. Obwohl in Sicherheit jeder etwas tut. Die einen gehen in die Apotheke, andere kaufen Lebensmittel, wieder andere machen Besuche. Die Handbüllen sind abgeschaltet, aber die Autofahrer lassen die Fußgänger höflich passieren. Ein Gefühl, als könne jeden Moment der wütliche Frühling ausbrechen. Morgens reden die Volontäre über ein repariertes Auto, über die Medikamente, die sie bekommen haben, über das abgestellte heiße Wasser, darüber, wer welche humanitäre Hilfe vorhin bringt. Alle telefonieren, bitten Hilfe an, bitten um Hilfe. Die Stadt ist munter, wenn auch ein bisschen verbroren. Über der Stadt wehen unsere Flaggen. Das war, 9.59 Uhr, in Harkiv ist morgens und sonnig. In der Straße viele Menschen, so viele Menschen, so viele Menschen, so viele haben, dass sie einfach nur auf den Weg gehen, aber nicht zu sitzen. Auch wenn sie auf jeden Tag machen. Jungs geht in die Apotheke, jungs geht in die Apotheke, jungs geht in die Die Telefone arbeiten, aber die Menschen nicht mehr vertreten. Die Gefühl haben, dass hier etwas, dass hier – es beginnt. Das ist eine der Wollnitier-Volfe. Im Wollnitier-Volfe. Ich habe eine große Wollnitier-Volfe. Ich habe eine Wollnitier-Volfe, die ein Wollnitier-Volfe, die eine Wollnitier-Volfe. Alle sprechen telefonisch. Sie sprechen telefonisch. Sie sagen, dass sie helfen. Die Stadt Badjör ist. Sie schlussendlich ist. Das ist der Merso. Das ist der Merso. Das ist der Merso. Das ist der Merso. 26. April, 9.40 Uhr. Gestern Abend hat vom Westen her, von der Umgehungsstraße, etwas gequallend. Aber heute früh, hoher, sauberer Himmel über der Stadt, nur ab und zu leichte, schwere, große Wolken. Mir ist aufgefallen, dass die im letzten Jahr ausgetretenen Pfade im kleinen Park an der Metrostation Narkoba zugewachsen sind. Es sind doch weniger Leute in der Stadt. Es erinnert an Harkiv im August irgendwann in den 90er Jahren, wenn die Studenten noch nicht zurück waren und man draußen in den Straßen vor allem ältere Menschen sah. Der Kirschhof ist rot vor Tulki. Es riecht intensiv nach Apfelblüte. Jemand fütterte vom Balkon aus die Tauben. Die haben sich in einem großen Schwarm versammelt und pickend konzentriert. Die Hunde jagen fröhlich durch das frische Gras. Es ist ruhig an diesem Morgen. Jedenfalls im Zentrum. Der 62. Kriegstag. Adem einen guten Morgen. Jedenfalls. 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 Th serio. Einschlag. die Und jetzt dürfen wir da einige Musik lauschen. Da ist es wieder, das ständige Gefühl der Zufälligkeit und Unfähigkeit, etwas zu beeinflussen, das man in den ersten zwei Monaten hatte, wenn man eine Kreuzung passiert und zehn Minuten später aus den Nachrichten erfährt, dass diese Kreuzung beschossen worden ist. Es tut einem wahnsinnig leid für die Menschen, die hartnäckig versuchen, sich an das fritische Leben zu klammern und denen sich dieses fritische Leben entwindet wie ein Raubfisch im Fluss. Ich weiß nicht mal, wer es schwerer hat. Die Haarkiefer in den letzten Tagen in die ruhige, sonnige Stadt zurückgekehrt sind und heute den Horror des Beschusses erleben müssen oder diejenigen Stadtbewohner, die zwei Monate lang in der Metro ausgeharrt haben und Angst hatten, sie zu verlassen. Endlich haben sie die unterirdischen Bahnhöfe doch geräumt, damit die Züge ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Nun sind sie wieder in der selben Lage wie Ende Februar, Anfang März. Der Krieg ist die ganze Zeit irgendwo nebenan, erinnert uns gerne daran. Sogar das Wetter hat sich verschlechtert. Es regnet in der Harkiv, aber überall der Stadt wegen unserer Flan. 26.12. 26.12. 18.12. Juni, 20.33. Im Juni glich die Stadt immer einem Jugendlichen, der aus alter Gewohnheit, wenn er einen frischen und kühnen Flusslauf entdeckte, zum Fluss eilt und kopfüber ins Wasser springt. Eintaucht. Und erst in der Tiefe merkt, dass das Wasser sich wirklich noch nicht richtig aufgewärmt hat. Doch wen konnte das hier stoppen? Anfang Juni jedes Mal schuf er die Illusion allgegenwärtiger Wärme und Sonne. Man ignorierte den bewölkten Himmel und die unerfreuliche Wettervorhersage einfach. So sehr wollte man Hitze, wollte man Wasser und Grün, wollte man hinauslaufen. Aus den Frühlingsfrosten hinein in den Sommer wie in den besagten Fluss. Im Juni war Harkiv immer überschwemmt von Studenten, die Sorgen beladen und gestresst zu Ende des Semesters. Aber selbst gestresst leuchteten sie im Vorgefühl des langen, sommerlichen Nichtstuns, das ganz bald schon anbrechen würde. Man musste nur noch die letzten Prüfungen ablegen. Die Hörsäle leerten sich, die Luft beruhigte sich wie Wasser im Aquarium, aus dem der letzte verzweifelte Fisch sprang. In diesem Jahr ist der Sommer natürlich ganz anders in die Stadt gekommen. Die Sorglosigkeit der Spaziergänger in den Parks und das Geschrei der Kinder zwischen den Bäumen lösen weniger Euphorie als Beunruhigung aus. Denn der Abend wird kommen und abends beginnen die Einschläge. Und diese langen Sommerabende, gefüllt mit dem Hineinhorchen in den Himmel, der sich langsam verdunkelt, sie zeigen, dass Leichtigkeit und Sorglosigkeit nicht künstlich sein, nicht imitiert werden können. Der Krieg ist ganz in der Nähe. Er findet immer eine Möglichkeit, sich in Erinnerung zu bringen, wobei ihn sowieso niemand vergisst. Das Grün ist im Juni noch frisch und dicht. Auf die Straßen der Vorstädte senkt sich Staub. Vor uns liegt noch der ganze Sommer, das lange Leben, das ganze Leben. Die Menschen halten es fest. Sie haben etwas zu lieben und zu verlieren. Ruhe durchaus, Freunde. Morgen früh sind wir unserem Sieg wieder einen Tag näher. Wenn du zu spenden gibt, saidst De vitath. 18 Londres, 20.33. 17.45. M designing Черем workuove war bei müssten und Coburnfalls, dass eine Einige gibt, wie auf die Reserve, wie auf Première crest, Truffung ver quiser, die��게요 und die�시 durch die Fahrt zu redenuelle ist. Lassen besagt, dass sieечно講, dass sie wieder einmal im Ü Darken weltraht so sehr高. Wenn es ausw�getein hat dann nämlich governor crucial. Der Anfang der erste Erschung ist er in der Erschung der Erschung, der sie zu einem die Erschung des Herbst. Der Erschung war ein Schmarrn im Himmel und der Schmarrn im Regenung, weil es einfach so ist, dass sie die Späke, die sie von der Erschung, die sie zurückzügevrn, die sie zurückzügevrn sind, wie sie im Reicht. Vierer Harkov war er mit den Studenten, die sie auf die Givens und die Zahl zu bringen, Aber sogar ihre Begrüßung war, wie sie sich in den letzten Jahren verabschieden, wie es hier einmal verabschieden. Es war nur die Schleifung. Die Begrüßung war, wie sie sich in die Luft verabschieden, wie sie in der Luft verabschieden war, wie sie in der Luft verabschieden war. Das war das Wichtigste. Das war das Wichtigste. Das war das Wichtigste. Die Begrüßung ist in den Parken, und die Gehlosigkeit der Dosen im Hintergrund, wie die Trifung ist, weil sie in der Nacht kommen, und die Nacht beginnt zu verraten. Und diese lange, die die Nacht, die in der Gehlosigkeit, die in der Gehlosigkeit, die in der Gehlosigkeit, die sie, aber sie, dass sie, dass sie leicht und die Gehlosigkeit nicht möglich sind, sie nicht zu verraten, sie sich nicht zu verraten. Die Gehlosigkeit ist, sie immer wieder zu sehen, sie immer wieder zu erzählen. Es ist eine große Herausforderung. 23. Juni, 21 Uhr 9. Seit dem Morgen ist der Himmel ständig in Bewegung. Die Wolken schwimmen heran, umzingeln die Innenstadt. Die Sonne bricht durch, es wird heiß. Aber dann füllt sich die Luft fantasievoll mit neuem Gewölk. Die Stadtbewohner haben frische Pfade entlang der Straßenbahnschienen ausgetreten. An den Straßensperren, die wir passieren, ist es irgendwie ruhig, ohne nervöse Bewegung. Rot leuchten die Kirchgärten in den Vorstädten. Das Grün vor der Stadt ist grell, als hätte der Erde nicht genug Aufmerksamkeit zuteil. Und sie wolle sie auf sich ziehen, fordere liebevoll Zuwendung, die in diesem Jahr so sehr fehlt. Nachmittags beginnt es zu regnen. Das Gras wird regensatt, schwer und dunkel. Gegen Abend neues Licht am Himmel. Die Verkäuferinnen in den abendlichen Läden verabschieden sich fröhlich bis zum nächsten Morgen, rufen einander etwas Schatzhaftes und Aufmunterndes zu. Über dem verregneten Asphalt beginnt es zu dampfen, als fließende Tiefe ein warmer Fluss. Rude euch aus, liebe Brüder und Schwestern. Morgen früh sind wir unserem Sieg wieder einen Tag näher. Rude und Schwestern. Die Niemöse sind die Niemöse sind in den Karten. Das ist eine Karte, die eine Karte zu verraten, die man sich auf die Hände verraten, die man diese Jahrhundert stießt. Die Niemöse ist nieder. Die Niemöse sind wieder auf der Vierge der Vierge. Auf der Vierge wäsche nicht die Lühne und wäschlössig. Nachbord. Das Schreiben widerspricht dem Tod. Der Wunsch, Gefühle und Bedeutungen festzuhalten, Erzählungen zu umreißen, Motive nachzuerzählen, verträgt sich überhaupt nicht mit der Idee von Zerstörung, Vernichtung und Verschwinden. Wir greifen nach dem Schreiben wie nach der trügerischen Möglichkeit, die Konturen der Wirklichkeit einzufangen und zu bewahren, dem Kraftfeld des Absterbens zu entkommen, zu versuchen, das Vergessen als solches zu überlisten. Inwiefern ist diese Illusion berechtigt? Jedenfalls ist sie ungebrochen. Die meisten von uns neigen dazu, sich an die Zeit zu klammern, an das Gefühl von Zeit, an ihre Dauer. Aber wie die Zeit in den Grenzen des Bewusstseins der Sprache halten, man kann versuchen, zu schreiben. Ab 24. Februar hat in der Ukraine ein großflächiger Krieg begonnen. Die Armee der Russischen Föderation marschlitte in die Ukraine ein. Es begann der Beschuss von ukrainischen Städten, die Vernichtung unseres Landes. Wir standen vor der Wahl, Widerstand zu leisten und überleben oder vernichtet werden. Nie hätte ich gedacht, dass ich auf meinem Notebook solche Sätze schreiben würde. Aber wenn man dich anruft und dir sagt, dass dein Bekannter, dem du noch gestern ein Auto gebracht hast, heute gefallen ist, und dass man ihn nicht heimbringen kann, um ihn zu beerdigen, weil man seinen Kopf nicht finden konnte. Dann verstehst du, dass genau diese Worte heute für uns alle, für uns Ukrainer, die einzig zutreffenden und wahrhaftigen sind. Wir haben keine große Wahl, entweder standhalten in diesem Krieg oder vernichtet werden. Alles andere funktioniert einfach nicht. Es gibt viele Namen, die wohl kaum in einem anderen normalen literarischen Werk auftauchen würden. Aber in diesen täglichen Aufzeichnungen fühlen sie sich wohl Hackgiffer, Hackgifferinnen, die zu Zeitzeugen wurden. Nicht immer gesprächigen, aber fast immer ehrlichen und verantwortungsvollen. Sie alle legen Zeugnungsab von dem Leid, das man über uns brachte und Themen wir uns entgegenstellen. Sie sind die wahren Helden dieses Buches. Lyrische, epische, komische, vor allem aber sehr menschliche. Schwer zu sagen, wie die Situation an der Front sein wird, wenn dieses Buch erscheint. Wie in der Ukraine glauben selbstverständlich alle an den Sieg unseres Landes in diesem grausamen Krieg. Denn wir verfügen über das Gefühl für unseren Raum, unser Land und unseren Himmel über den Köpfen. Auch darum geht es in diesem Buch. Um das Gefühl für den Himmel über dir, der dich beleuchtet, der die Grenzen deines Daseins auf dieser Welt bestimmt. Das Gefühl für den Himmel ist. Wolltang wir mit Füchern und Füchern und Füchern und Füchern und Füchern und Füchern und Füchern. Das ist nicht so gut. Wir haben uns über Füchern und Füchern und Füchern und Füchern. Die Menschen müssen sich über die Zeit verhinderung, versuchen, zu überwinden. Wie diese Illusionen verpragten? In irgendein Fall, die meisten von uns schuldig sind für die Zeit, für die Zeit, für die Zeit. Aber wie bekommen die Zeit für die Zeit, für die Sprache? Man kann versuchen, es zu schreiben. 24.07. in Ukraine war eine Vollnumaschtapelle. Die Armee der Российische Federung der Ukraine hat sich in die Ukraine. Die Ukraine hat sich in die Ukraine und die Ukraine zu verändern. Wir stellen uns vor dem Wahl, um zu leben und zu leben, oder zu verändern. Ich habe nie gedacht, dass ich soeignisse in meinem Buchstaben habe. Aber wenn ich dir telefonieren und sagen, dass dein Freund, der du heute Morgen bist, heute sterben, ihn nicht mehr bringen, um ihn zu Hause zu Hause zu Hause, weil er nicht mehr zu finden, Du verstehst, dass es nur ein Wichtiges für uns heute für uns, für die Ukrainerinnen, sind diese Worte. Wir haben keine besonderen Wahl, oder zu leben, oder zu verhindern, oder zu verhindern. Alles andere einfach nicht auf die Worte. Hier, in dieser книге, viele Leute, die sich in irgendeiner normalen Literatur-Worte sind, aber in diesen Worte-Wort-Wort-Wort-Wort-Wort-Wort-Wort-Wort. die sich die modernen und nicht immer wunderschön, aber immer und 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 sie die die sie sehr wie die 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 Es ist schwer zu sagen, wie die Situation auf der Fronten wird, wenn sie eine Bibel ist, wenn sie eine Bibel ist, wenn sie eine Bibel ist. Wir in Ukraine, of course, alle sind in die Verlusten der Bibel ist, weil wir haben das Gefühl, das Gefühl, das Leben, das Leben, das Leben, das Leben, das Leben und das Leben. über die Gefühl der Nivea nach dir, das erl teintet, das erl teintet, das erl teintet, das erl teintet in diesem Weltraum.